Hallöchen meine Lieben, wir sind heute in der dritten Folge von The Escapists und ich würde sagen wir gehen weiter, wir sind hinter Perks stehen geblieben und würde sagen wir machen da auch mal weiter. So da sind wir auch schon. So wir sind jetzt glaube ich am dritten Tag. Gucken wie das so weiter geht. Wo wir stehen geblieben sind. Okay, wir haben das aufs Gesicht bekommen, ich weiß nicht warum. Ich glaube er hatte noch eine Rechnung offen mit mir. Auf jeden Fall. Wo ist der denn hier hingeblieben? Und geht er denn auf mich? Gott der mag mich nicht. Slogan. Da hat sich die Neugier selber oben auf meine Brügelliste gesetzt. Willst du etwas Geld verdienen? Hm. Dank. Wie ich auf einmal keine Klamotten mehr habe. So, okay. Dann würde ich sagen, fast wieder wie, als wenn wir neu anfangen. Das kommt. So was geht's? Erstmal schnell futtern, futtern brauchen wir nicht. Wir sind voll. Oh mein, was wollen wir denn heute alle hier? So, hier. Da. Da selber sich zuszuschauen. Hm. Hm. Habt ihr schon. Ich muss erst mal wieder klarkommen in dem Spiel. Ich hab sie jetzt ein bisschen länger liegen lassen, das habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt. So. Ich habe ganz viele, sag ich mal, Tipps bekommen auch im Stream, was ich auch sehr interessant fand. Dann hab ich so gedacht. Vielleicht, ähm, am besten ist es, wenn ihr wirklich die, äh, unter die Kommentare schreibt. Was hier klinge. Und wir haben eine neue Löffel. Da kommen wir wieder zu. Ja, genau. Ach, genau. Falt hast du. So, wo sind wir denn jetzt? Morgen Freizeit. Alles klar. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar Tipps bekommen, zum Beispiel, dass man mit der Gabel ein Loch in die Wand graben kann und sich dahinter zum Beispiel, gerade auf mir, genau, wie ein Loch reingraben kann, dann hängt man sich ein Poster davor und man kann dann sozusagen die Sachen dahinter verstecken. Das werden wir auch als nächstes machen. Wir haben ja auch gesagt, man schafft es auch am ersten Tag durchzukommen. Es ist mir ja... Es hat sehr viele Tipps auch bekommen im Stream direkt. Sehr krass. Mal mit. Löffel kann man, glaube, als Schaufeln sozusagen benutzen. Aber wir werden erstmal unsere Wand präparieren. Braucht man zum Beispiel, habe ich auch gehört, dass, wie gesagt, alles im Stream gekommen ist. Da denke ich mir so, bitte schreibt es auch unter das Video. Ist für mich sinnvoller. Dann vergesse ich das auch nicht. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne Tipps geben. Alter. So. Ich glaube, die sind sehr aggressiv auf mich. Warum auch immer. Mitnehmen. So. 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 Dann. Was war denn noch rot noch? Rasierkling? Rasierkling? Eigentlich. No wow. Man kann zum Beispiel auch Gegenstände. Kühlung. Halten. Den tragen wir mal raus. Ja. Hm. Wir haben jetzt die Bombenfreizeit noch bis um 12. Danach gibt es Mittag erst mal. Und im Markt gibt es, glaube ich, zwar. Hä? Alter. Was sind die denn alle so aggressiv auf mich? Ich habe nichts gemacht. Der ist auch schon tisch. Ja. Ich habe schon was gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen mir die letzte Folge nochmal angucken. Sehr lange hoch. Okay. Vault, Land, Slogan, Freund und Relief. Auch ein Tipp wieder, den ich auch bekommen habe. Ach, was war hier? Was hat er denn? Fahrzeug? Stufen? Ja. Oh. Verkauft mich nicht. Na gut. Ich bin ja nicht alle so aggressiv auf mich. Was habe ich denn in der letzten Folge getan? Was habe ich denn in der letzten Folge getan? Da ist die mich alle verprügeln worden. Und. Ist weg. Da nehme ich nachts und erst mal ein Loch bei uns reinkramen. Rein. Logan. Ich habe ein... Ich habe ein bisschen zurück. Ach. Das ist ja wohl relativ simpel. Klassik. Gucken. Wieder wagen. Hagebuch. Fallen. Genau so. Gib eine Büroklamm an den Kappen. Lass Tabletten mit Gold werden. Okay. Guck mal. Wagen. Wagen. Finte. Okay. Wir haben keine Schlachtabletten. Jadam. So ne tote Ratte. Das war sie. Wir haben noch ein Zahnbuch. Bauen wir uns jetzt noch. ok gut ich brauche auf jeden Fall auch ein Poster, weil bevor ich kein Poster habe, kann ich auch kein Loch nehmen hey, ich husche, jawoll, wieder dabei, rollt, viele gefallen offen, verdammt ah, scheiße Algo, wir löschen mal Krafttabletten irgendwo Entferne, ach so 12 ist ein Gabeln gegessen ja wir brauchen ja eh nicht Oh! Ja, da ist nichts dabei. Brügelt sich denn hier schon wieder? Okay, Arbeit. So, meine Arbeitsdinger sind natürlich voll. Er prügelt mich. Er ist so aggressiv auf mich. Ich glaube, dieses Video wird einfach nur darin bestehen, dass ich Leute verprügele. Ich weiß nicht, was ich rauskriege. Flachstoff. Gut. Lief auf mich? Ich glaube, das habe ich schon zum 100. Mal. Aber. Oh ja. Leider noch nicht weiß, wie man alles benutzen kann, also was man für was braucht. Lebe ich das erst mal auf. Ich werde jetzt kommt bestimmt irgendwann später und dachte. Ach, wie? Lade. Oh. Oh. Häuft er mir hinterher? Nein. Ne, gut. Ich gehe jetzt noch mal trainieren. Ich weiß nicht, warum die so aggressiv auf mich sind. Ich habe gar nichts gemacht. Ich gehe jetzt trainieren. Aufgang. Boah. Das gibt es doch nicht. Ernsthaft. Wo rennen denn die mir immer hinterher? Oh, ab da. Kein anderes auf die Nüsse. Oh. Oh. Da kloppen die mich jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich renne nicht. Oder ist gegen Orphix? Na gut. So. Das Poste werden wir uns erst mal sichern. Kann ich jetzt die Nacht dann auf jeden Fall auch in die Wand buddeln? Das brauche ich nach da auch. Einen Keks. Duschen. Das war leid. Ich glaube, das ist doch eh wieder. Warte, das ist nicht. Ein bisschen Stärke hier. Damit machen wir ein bisschen. Merkste im Bausen hier. Wer macht das? Wer macht das? Besonders. Wer macht das? Sagen wir auch mal. Ja. Ach. Äh. Hö. Es schau. Es ist doch, dass ich mir vorhin kenne. Was ist dir das? so aggressiv. Jetzt hau er ab jetzt. Finding Officer haut mich. Was ist da kaputt? Nichts gemacht. Kann ja nicht mal zum Abendessen gehen. Das ist halt für uns alleine. Ich glaube, alle sind irgendwie ein bisschen gegen mich. Ich weiß auch nicht warum. Mir wollte ich mich immer verkloppen. Komm. Komm. Ich muss mal aufpumpen gehen. Ich bin zu müde. Na gut, dann gehen wir duschen. Dann haben wir uns mal wieder. Guck mal. Wir stärken. 54 Gang Intelligenz. Ich bin nur dumm. Dann wird mal zusätzlich das Liam verprügeln. 27 Herzen. Na gut. Ich bin schon wieder verwahrt. Weiter geht's. Uh oh. Okay. 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 Ich bin schon auf den Finger, Mensch. So. Einen noch und dann suchen wir uns mal Liam und dann hau den einer rein. Komm. 32 Herzen. Das geht aber ganz schön. Wie geht's? Und 33 geht auch noch. Na, komm. Was? Ach so. Duschen. Ich kann ja auch immer duschen, wenn ich ausgepowert bin. Okay. Ich hab ja nichts gemacht. Hallo. Hallo. Warum hauen die mir jetzt eine rein? Ich hab nichts gemacht. Ich bin auch nur rüber gelaufen und dann haben die mir auf einmal eine reingezwiebelt. Peter. Na gut. Machen wir das an. So, wir können jetzt wie gesagt erst mal das Loch schnäppeln. Was hat er nicht gemacht, oder? Hat's getan. Ein kleiner Drecksack. Okay. Wir brauchen mehr. Natürlich nicht. Das ist natürlich blöd. Dann gehen wir mal schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei The Escapist. Und ich bin heute der Brübelknabe gewesen. Keine Ahnung warum. Und bis später.